Ich frage mich, was haben, ich sage nicht alle, aber einige Parlamentarier bzw. Senatoren in den letzten Jahren für Südtirol effektiv konkret getan? Und ist es wirklich so, dass es undenkbar wäre und ausgeschlossen, dass würde ein anderer deutscher Südtiroler, der nicht der Volkspartei angehört, in Rom Politik machen, gegen Südtirol arbeiten würde? Oder gegen die Bevölkerung, gegen die Interessen des Landes arbeiten würde? Also mir wird diese Haltung nie eingehen, dass dieses Denken entstammt aus einer Zeit, wo es sicher notwendig war, dass man geeint auftritt, aber mit einer Partei, die inzwischen ist, wie sie ist, ohne jetzt da Ausflüge, Gedankenausflüge darüber zu machen. Ich glaube nicht, dass diese Südtiroler Volkspartei noch immer den Anspruch für sich stellen kann, alleine durch Ansprechpartner bzw. Vertretungspartner der Südtirolerinnen und Südtiroler aller drei Sprachgruppen meinetwegen auch zu sein, sondern dass es höchst an der Zeit ist, dass man sich gemeinsam umschaut, dass man sich gemeinsam auf den Weg macht, wirklich eine Diskussion vom Zaun zu brechen. Was will Südtirol in Rom? Und da ist es notwendig, dass man auch auf andere zugeht und dass man nicht sich Maßanzüge schneidert, wo Demokratie irgendwo auch behindert wird, sondern dass man wirklich mit allen Kräften, ich glaube wir sind alles demokratisch legitimierte Kräfte in diesem Land, dass man sich zusammensetzt und versucht, dieses Land in eine positivere Richtung zu entwickeln und dass man Abstand nimmt von diesen Dingen, wie ich gesagt habe, den Alleinvertretungsanspruch nach wie vor sich selbst zuschreibt, als ob nur ihr Südtirol richtig und wahrhaftig vertreten könntet.